Hallo, wir sind Paro Stellar und wir sind hier am Heineken Ballaton Sound. Ich glaube, jede Bühnensituation ist ständig extrem, also gar nicht mal unbedingt von dem, was passiert auf der Bühne selbst, sondern ich glaube auch, was in den Köpfen der Musiker und der Künstler vorgeht, weil du bist natürlich da am Präsentiertell, also wir haben vor zwei Wochen in Bulgarien gespielt und da stehen dann 45.000 Leute unten und haben den Fokus auf dich und du weißt, jeder einzelne Schritt wird von dir auf Kameras übertragen, jeder sieht dir zu, also das finde ich sehr extrem teilweise, dass man sehr am Präsentierteller steht. Life is life und es ist immer wieder verschieden, so wie wir haben heute um fünf gespielt und es war um fünf, wirklich, es waren vielleicht fünf Leute da und fünf Minuten nach fünf waren es auf einmal 15.000 und ja, das ist schon sehr schön und beeindruckend. Die Katzen, die begleiten mich schon sehr, sehr lange und ich habe inzwischen, jetzt sind schon wieder vier neue dazugekommen. Ja. Sie sind jetzt so klein. Ich mag einfach die Art und Weise, wie eine Katze ihr Leben bestreitet, also sie ist eigentlich ein ziemlich das arroganteste Wesen, das ich kenne, aber sehr ehrlich dabei. Die neun vier, die haben noch gar keine Namen, die alten Versen, die Sunny, da gibt es auch ein Lied für die Sunny, Sunny Bunny Blues, Sunny Mimi, Felix heißt eine, ja und die Eni. Es sind so viele, ich weiß sie gar nicht alle auswendig. Ich glaube, wenn ich alle zusammenzähle, sind es jetzt bald neun. Ja und die ganzen Nachbarskatzen kommen auch, weil... Die fühlen sich in einem Jahr so wohl. Super. Ja, da gibt es Prosciutto bei mir.